Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber es sieht gut aus. Ich sehe so eine halbe Stunde Training, ich habe mir nicht so viel gelüchtert. Hey, ich komme wieder runter. Nein, nicht. Das ist sauberlich nicht mehr. Was ist mit dem Essen? Das kannst du essen, wenn du an der Art rutschst. Und ich? Aha. Du musst nur, wenn wir das Achte spielen, wirst du nie wissen, wie du bist. Wer bist du? Ich bin der Grüne. Der, der immer runterfliegt, ohne dass er geschlagen wird. Kannst du nur noch rechts und links rausfallen? Ich bin der Grüne. Ich bin der Grüne. Hey, mach dich doch. Kannst du nicht mal zurückbringen? Nein! Kann ich wissen, was wir da nicht hören können? Okay. Pikachu hat jetzt einen Superstern von Super Mario. Das ist eine X-Bombe. Hier ist die Blue Shell von Mario Kart. Was ist das denn? Was ist das denn? Peach. Das ist ein bisschen. Ja. Gut gemacht. Ja. Du musst nicht mit mir in Abgrünung. Ja, ich habe mich noch gerettet. Nein. Das ist eben das Item, was du erzählt hast. Das ist der Staubsauger. Ah, ich komme nur hoch. Ich brauche mir nur noch ... Ich sage, I want to break free. Du bist perfect. Hier ist der Smashball. Den müssen wir versuchen, zu verschlägen. Und wenn er leuchtet, können wir den B drücken. Dann macht er einen super ... Ah, der Fox hat es wieder. Schau das Boot. Ich habe ihn nicht auf. Du hast ihn wieder. Der Landmaster. Ja, gibt es ja nicht. Ich. Ja, super. Du hast genug Platz. Was? Ich habe noch einpraktieren können. Schau, ich habe noch eine dritte Sekunde. Oh nein. Schau. Schau. Wie gut. Ich lasse nur noch das. Äh, bin ich tot? Oh nein. Ah, du bist wirklich fertig. Das kann ich auch etwas sagen. Das sind jetzt die drei Teile, die ich gesammelt habe. Ja. Ja. Es geht schnell, gell? Aber jetzt bin ich hoffentlich nicht mehr letztendlich. Jawohl, ja. Ja, das ist ja logisch. Du bist ja ... Wir zeigen einfach das Video. Nein. Also wir spielen ja mit Fies-Dogs. Ja. Wegen dem. Das war jetzt eigentlich klar. Schon gut. Ja. 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 Ja.